Okay, so mal schauen, was wir noch machen können. Ich glaube, irgendetwas brauche ich vorerst nicht anzureden. Sollte ich noch mal das Buch probieren? Ich weiß es nicht, was es am besten ist. Obwohl alles das hier glaube ich kann ich noch probieren. Wir hätten ja hier was mit Alfred zu tun. Ich hatte ja das Gefühl, dass ich hier nach Himmel gegangen wäre. Ich glaube nicht, dass es das ist. Nö. Was denn der rum Lumin weggegangen ist. Ich glaube, ich kann hin, du hast mal wo er hin ist. Ich glaube, ich kann hin, du hast mal wo er hin ist. Stimmt, wenn ich schon mal hier bin, wie viele Items habe ich gerade. Äh, was den Teams brauchte ich vielleicht. Hm. Wir hätten ja ein Item bleiben. Ich glaube, es ist egal, von welcher Satz ich da hingehe. Der ist ja sowieso hier in der Mitte. Und was dieser Punkt ist. Aber ich bin ja sehr gut, dass alles was ist. Aber was das Leben ist, der ich dir auch. Bei mir muss man ja auch alles gut sein. Okay, ähm, jetzt haben wir noch was zu lösen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist, aber wir hatten ja hier die Ewigkeiten mal in die Stadze geholt, beziehungsweise eigentlich, ich hab mir die eingetauscht, weil ich noch recht am Kopf war. Ich bin froh, dass die spiritische Stadze sich hier zurückbringen bekommt. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich wollte eigentlich mit dem anderen sprechen. Kann ich mit dem nicht reden? Doch. Ich entschuldige mich für meine Ungeschicktheit. Ich bitte für eine Folge. Okay. Kannst hier aber nichts mehr zu machen. Nichts sollts. Kann ich auch mal innen? Weil mit ihr kann ich ja nicht sprechen. Ja. Wie sagt ihr immer noch das gleiche? Wir sollten ja auch eigentlich ihm den Brief übergeben. Ähm. Sagt ihr eigentlich noch irgendwas dazu? Ähm, nö. Okay. Ja, weiß ich auch nicht, wo ich da hin muss. Damit ich da nochmal irgendwie was machen kann. Ähm. Wenn man eigentlich sie… Die ja, ne. Ja, das hört� sich ganz wichtig. Du glaubst, das kann ich noch mal. An Ich heilen. Vorher nochmal das Buch probieren. Ok, und zurück, noch der Faller, ähm, ich überlege gerade, die wir benutzen können, das mit dem Buch, wahrscheinlich auch nicht so einfach wird. Ach, es muss zu leitungen sein. Bisschen was. Ok, noch was brauche ich eigentlich nicht. Was ich sogar noch war, das sind wir schon, ähm. Mein Elfen ist alles zu stört. Da weiß ich gerade nicht, ob es da noch was gibt. Gut. Wenn wir es noch hier oben, wird er vielleicht noch, als wir Sachen bekommen können. Jetzt mal aufstocken. Das ist sehr wichtig, sag ich. Ich hab... Ne, 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 ne. Hier war kein Itemladen. War hier überhaupt kein Itemladen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir brauchen ja auch nur da. Das können wir hier irgendwie nichts. Ne, der verkauft auch noch was, wirst du? Vielleicht auch noch mal zum Turm. Ich weiß halt nicht, ob wir da noch mal zurückkommen. Also wir kommen sicher noch mal zurück, äh. Bei... Mensch. Der Skala, wo die Engel wohnen, mehr oder weniger. Da waren ja auch noch Verkaufsatzmaten. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind. Nein, naja. Schauen wir mal, die noch aktiv sind. Weil ja eigentlich viel zu üben... Der nicht. Der was auch nicht. Dann war das Citroen Order. Okay, der ist noch aktiv. Okay, so viel zur ganzen Zeit auch wieder nicht. Das letzte dürfte, dass es maximal auf 20 Blitzemst verschränkt ist. Und jetzt kommt es wohl so viel Schmerz. Muss ich auch nicht nachvollziehen. Da ist nur, wenn ich... Nach links laufen möchte. So, dann nochmals das Zielkammer. Und zurück zum Buch. So. 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 Stimmt, ich sollte nochmal speichern, ob ich das jetzt alles dreimal machen muss. Und das ist gut. So stimmt's, das Gespräch müssen wir uns jetzt auch laden, wahrscheinlich jedes Mal auf den Sonnenhörner. Na mal schauen, vielleicht schaffen wir es auch direkt. Jetzt muss er ja nicht über die zweite Ebene hinauskommen. Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Ja, aber die offizie ich in Sizilien vorher nicht auf Null gegeben lassen, sonst ist es auch gemover. Das wissen wir ja schon alles. Äh, der Ebeneffekt ist schlecht. Das nehme ich erstmal minus 1% Köpfe. Hm, doch ganz schön. Ausleben. Tate? Sonic's Sword Ring! Das war nur warm genug. Okay. Ähm... Ja dann überlegen, ich könnte sie nochmal nutzen, um andere Charaktere zu helfen, deren Fähigkeiten nachzulernen. Wie zum Beispiel Riegel oder Brisea. Ich glaube, hier hat sich fast nichts mehr zu lernen. Okay. Der Angriff ist vollgehend erhöht. Das bringt nicht viel. Okay. Ich kann Fehler herstellen. Ist okay. Let's begin the research. Sonic's Sword Ring! Ready? Tate? Tate? Sonic's Sword Ring! Devastation! Tate? Psy Tempest! Ready? Acuteness! Tate? Psy Tempest! Alright! Alright! Okay. Okay. So, ich will jetzt mal ein paar Frontliner. Ich weiß nicht, was am meisten so alleine dastehen. Hm? Mit Leuten. This is gonna be a piece of cake! Ready? Acuteness! Tate? 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 Ready? Field Barrier! Tate? 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 You picked the wrong guy to mess with. Okay. Hier haben wir den ersten Ausgang. Geht's jetzt nicht neben mir. Wollen wir noch mehr Leben verlieren? Okay. Die zweite Ebene ist jetzt nicht mehr rot, sondern noch blau. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt so ein Unterschied ist. Bis dass jetzt die Brücken scheinbar nicht da sind. Aber das ist Sancius. Das ist nicht so treuisch. Die Sachen muss ich mir auf jeden Fall auch sparen. Ich bin nicht mehr so treuisch. Ich bin nicht mehr so treuisch. Risen feld. Are you okay? First time. Tate! Redemption still eludes me. Ich bin tired of this. Risen feld. Like that? Ready? Field barrier to a plenisement. Don't think ill of us. We had no chance.